Heute präsentiere ich die klassische Gitarre. Man kann auf der Gitarre alleine spielen oder als Begleitung für Sänger, Sängerinnen oder andere Sohoinstrumente. Egal ob Klassik, lateinamerikanisch oder Pop, auf der Gitarre sind verschiedene Musikrichtungen möglich. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne für eine kostenlose Probestunde an, sowohl online als auch im Präsenzunterricht. Vielen Dank. Vielen Dank.